Quick Start Guide FKD WG Der FKD, ein Funk-Klingeldrücker, ist in den Maßen 80 x 40 x 15 mm in rein weiß glänzend erhältlich. Auf der Vorderseite befindet sich ein Beschriftungsfeld mit den Abmessungen 43 x 12 mm, auf dem beispielsweise ein Dymo-Etikettenband mit den Maßen 9 oder 12 mm angebracht werden kann. Zur Fixierung sind im Lieferumfang Edelstahl-Senkschrauben, Dübel und eine Klebefolie enthalten. Durch die Schutzart IP54 ist der FKD optimal für die Nutzung im Außenbereich präpariert, da es ihn vor Staub und Spritzwasser aus jeder Richtung schützt. Ein weiteres Highlight beim FKD ist, dass beim Tastendruck genug Energie erzeugt wird, um Funk-Telegramme versenden zu können. Dadurch benötigt er weder eine externe Stromversorgung noch eine Batterie. Außerdem hat er keinen Standby-Verlust. Der Funk-Klingeldrücker sendet, genauso wie ein Ein-Kanal-Funktaster, ein auswertbares Signal. Der Funk-Klingeldrücker kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der Klebefolie an jede geeignete Fläche geklebt werden. Vor dem Anschrauben muss das Gehäuse mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher geöffnet und die in der Halteplatte bereits vorbereiteten Löcher mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen werden. Der FKD lässt sich in lernbereite Funkaktoren oder in ein Gong-Modul FGM als Universaltaster oder Zentraltaster einlernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020